hey und hallo und willkommen zurück ich habe da möglicherweise was das dir gefallen könnte ja danke darf ich meine anmoderation erst machen danke also willkommen bei rage was haben wir hier die hälfte eines fernglases die bessere alles klar für die cita pistole an der kommend ist das sind bandagen die moment nicht davon nehmen uns mal 20 stück mit wir sehen uns bald wieder hoffe ich auch nicht ihr vielleicht helfen ja ich will objekte verkaufen und zwar stofflappen behalten wir das kommt weg das kommt weg und das kommt weg und den rest behalten aber das ist für das rezept das ist zum einsetzen das auch zum einsetzen wir sehen uns ach hey kumpel willst du dir mein zeug ansehen ich habe da möglicherweise was das dir gefallen könnte für sturmgewehr aber leider nicht genügend kohle irgendwie müssen wir doch hier ah munition 5 koffe nämlich jetzt erst mal ein bisschen munition hier ein wieder so haben wir zwar keine credits mehr aber ist ja jetzt egal erst mal vom rest kriegen wir noch später zusammen das autrigger territorium rum rum und dann hat sich also wieder mal ärger aufgeheizt tja die liste muss jane ist sich mal ansehen so sie ist da oben gib ihr die nachricht aber danach komm gleich zurück ich hab da was das dich interessieren könnte jo alles klar du musst einer von neun jungs sein jo das hier mhm einiges davon muss ich erst besorgen aber du weißt ja wie es hier läuft eine hand wäscht die andere okay seit ein paar tagen ist juno spurlos verschwunden einer unserer jungs ich fang langsam an mir sorgen zu machen wie wärs wenn du dich nach ihm umsiehst während ich dein zeug zusammensuche wenn du auch nur die geringste spur von ihm findest schenke ich dir mein rezept für heilbandagen jo alles klar hoffentlich geht es ihm gut jo wir sehen uns später auch immer okay hey wo willst du keine besonders große Hilfe sein nisch ich finde sie gut hilf uns dann gebe ich dir eine richtige Wunsch alles klar unser Funkturm auf dem Högel funktioniert nicht mehr jemand muss ihn reparieren wahrscheinlich nur falsch justiert reparier ihn dann schenke ich dir eine Schrotflinte cool hey fremder deine waffe da wird ja keine besonders große Hilfe sein ich könnte dir was besseres besorgen hilf uns und ich gebe dir eine richtige Wunsch der Funkturm im Nordosten funktioniert nicht mehr und wir möchten dass du ihn reparierst wahrscheinlich ist der nur falsch justiert vorhin und aktiviere die automatische Kalibrierung wenn du ihn wieder in den Schuss bringst kriegst du dafür eine Sturmschrotflinte abgemacht wir glücken klar gebär das Ding so ich schau doch jetzt gehen wir aus der Optik danke und tschüss nein nicht immer noch nicht den kann man eben stehen lassen unseren kleinen Buggy hier ist ja nur ein kurzer Weg wo wir laufen müssen auf Eindringlinge achten ich hab was gehört hey du gehörst dir nicht weg scheiße ich spriere was ich geb dich ich bin waffent Und da sind sie dort! Haha! Ne, da liegt da was. Hoppaleit! Und ne Sammelkarte, yippie! Ja, diese Sammelkarten sollte man jetzt gucken, dass man sie immer schön einsammelt. Denn hier gibt es so ne Art Minispiel, da kann man... Was man da jetzt so groß gewinnen kann, weiß ich da noch nicht. Aber ich hab gehört, man soll diese Karten alle schön einsammeln und alle mitnehmen, weil wichtig. Wofür sie auch immer wichtig sind, ich vers- Ich schreie nicht rum und stirb. Keine Ahnung, was man da so gewinnen kann, aber wir sammeln sie einfach mal und gucken, was dabei rumkommt. Oh ja. 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 Oh ja, wer richtig achtet? Ich bleib liegen. Ja, da haben wir den Juno gefunden. Mehr Items liegen hier auch nicht rum, glaub ich. Achso. Einfach dranlaufen und hochlaufen. Hm, ich suchte gerade die Möglichkeit anzuklicken, dass der automatisch hoch wird. Und Geronimo! Und Geronimo! Da hab ich vor, da brauchst du mir nichts zu sagen, blöder Idiot. Hey du, wirst du arbeiten? Nein. Nicht schlecht, Fremder. Wusste gar nichts von den Mutanten. Trauen sich selten so weit raus. Hast dich gut geschlagen. Sprich mit Janus. Sie will wissen, was du gefunden hast. Schönes Spielzeug. Juno ist tot? Ich wusste ja, dass da was nicht stimmt. Aber ich hatte gehofft, er würde wiederkommen. Die Guten sterben immer zu jung. Trotzdem, danke fürs Suchen. Hier sind deine Sachen und ein Rezept für deine eigenen Heilbandagen. Such einfach die Zutaten und mix sie zusammen. Äußerst hilfreich, wenn du mal was abbekommst. Vielen Dank und Hals und Beinbruch. Danke. Du hast dein erste, äh, was? Moment. Du hast deine erste Baueinleitung erhalten. Wer hat dieses Spiel übersetzt? Um sie zu benutzen, öffne den Bauenbildschirm deines Inventars. Alles klar. Ja, und damit kann man Bandagen behalberstellen. Hier, Stofflappen und... Ne, Desinfektionsmittel. Ne, ist doch Alkohol. So. Oh, einmal. Und mehrmals kommen wir jetzt nicht. Einmal reicht. Auch Gold. So. Und jetzt ab mit den Medikamenten. Hä, was? Alles klar. Danke. Und tschüss. So. Dann wollen wir jetzt mal ganz schnell zum Dan zurück. Mach's gut, Fremde. Jo. Bis später. Oh. Ganz schnell zum Dan zurück. Mit die Kante. Hahaha. 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 Wo bin ich denn jetzt hier hängen, ihr Lieber? Oh, Gottes Willen. Hahaha. 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 So. Mal nehmen wir runter. Hey, Partner. Lust dir meine Waren anzusehen? Jo. Jo. Kann ich dir vielleicht helfen? Noch viel haben wir ja nicht bekommen. Ja. Verkaufen. Äh. Äh. Viel verkaufen können wir nicht. So. Wir sehen uns. Jo. Oh. Oh. Und dann. Sehr gut. Scheint die richtige Wahl gewesen zu sein, dich zu retten. Und ich stehe tief in deiner Schuld. Du solltest jetzt mit DR über den Buggy reden. Müsste in der Werkstatt sein. Alles klar. Lass den Buggy reparieren und komm dann wieder. Ich hab noch ein paar Jobs für dich. Okay. Hey, komm mal her. Äh. Was? Hier ist ein Wort, das du dir merken solltest. Feltrid. Weißt du, was Feltrid ist? Unwahrscheinlich. Pass auf, ich verrat's dir. Feltrid war in dem Asteroiden, der die Erde beinahe komplett ausradiert hätte. Aber was von ihm übrig ist, ist äußerst interessant. Feltrid ist ein Weltraumherz. Starkes Zeug. Wenn du welches findest, behalt es. Tausch es nur gegen echte Spitzenware ein. Alles klar. Danke. Wir sehen und hören uns. So, aber bevor wir jetzt hier reingehen und uns den Buggy holen. Das kommt dann in der nächsten Folge. Dementsprechend, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Schönen Abend euch noch. Tschüss.